Hallihallo liebe Freunde und herzlich Willkommen zurück zu QuashQuash. Äh, ja. Ich habe das Spiel ein bisschen eideln lassen. Also wir haben... Ich habe das jetzt mal ein bisschen so 2-3 Tage hier stehen lassen, damit wir genug Geld haben und genug Zeugs haben, dass wir den Kram auch nicht fehlt. Und ja, vor allem, wir haben den SportsZerm noch nicht fertig, aber... Ich mein, das hat das nur 5 Tage lang durchgeeidelt und der Movie-Act eigentlich auch. Ich bin überrascht, dass er nicht fertig ist. Oh, aber wir haben 3 Zeiten mehr. Schön, schön, schön. Und den Astronauten haben wir freigeschaltet. Und ich bin aber in den Casino fertig und ja. Und den Space Astronauten, den lassen wir jetzt durchlaufen. Gut. Ja. Wir machen jetzt... Also ich habe auch die ganzen ein bisschen weiter... Also soweit, dass wir halt, äh... Weitergaben machen. Ich habe ja auch nicht viel Neues gemacht. Wenn nicht, es kommt bei der Person reset. Denke ich die nächsten paar Tage. Und ja. Also. Haben wir, haben wir, haben wir. Haben wir jetzt recht. Und dann. Und dann. Und dann. wir haben, wir kommen, wir machen. Wir machen. Tak' bis dann. Ja. Ich will auch raus, dass ich jetzt mal nicht fertig bin. Aber das läuft ja auch. Oh, macht viel aus. Ja, so endet man übrigens money. Wenn man das drei Tage lang durchideln lässt, dann kriegt man money. Your flight me. I do not rebuy your advance. Please, in action. Quartip-Level-Data. Okay. Na, dann. Designer-Bags. Geht klar. Vier Stunden, ein Tag, zwei Stunden. Ach, wir können morgen reset machen, wenn wir das ganze Geld ausgegeben haben. Wenn wir wirklich nicht mehr weiterkommen. Wenn wir wirklich nicht mehr weiterkommen. Wir brauchen ein bisschen Zeit für ein Stück. Wir brauchen schon money. Gell, wir brauchen schon money. Oder? Ah, diese Katze. Ich finde, das ist übrigens sehr schön schattiert an der Stelle. Also, das muss später Stunden sein als die anderen. Und da wird es nicht, ob sie einfach Mühe geben. Das ist übrigens schon schattig. Sie sind gerade so schattig. Ihr seid nicht mehr so schattig. Ich bin echt nicht mehr so schattig. Ihr seid nicht mehr so schattig und ich bin nicht mehr so schattig. Ihr seid nicht mehr so schattig. Bebel, incredible weapon. Und nehmen wir Puss hier. Puss, puss. Go get space. Machen wir davon. Bebel. You are friendly. Like foolish tourists. But Bebel does not feel like gaining on your leg, friends. Yay, Bebel has made a new friend. Oh, Web 2. Cool. Na dann. Ja, Nina ist auch dran. Nina, das finde ich sehr schön. Oh, David ist abgezogen. Ah. Ah. You have a great. Great, a bit of progress. I dare say you met even a crit to catch. Are you feeling fishing? Great, channel in a Storing journey. Amber is the turn in your heart. Or whatever, I might be drunk. Na dann. Na dann. Ah, what person did you buy this? Is that him? Nein. Ich habe keinen Satz auf der Stoffen. Alright, this is the part we progress to friendzoned. Are you feeling friendly? Sorry, that was lame. I'm not one of the getting all say and dear you. If I do have my way, will they already be too at best all so well? Ah. Ah. M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. Just, just cutting. Na dann. Guck sie mal. Joa. Glaub mich warum. Also wir müssen 15 mal schützieren gehen um diese Frau zu holen. Haha. I'm not used to monlights to all folly clothes. Tell me old fashion is a pose. Now I swap the boss. Now we are white and poor good anywhere red. Now I can start up with the in-progging punz. I'm kind of stretching back to the begin of the modern age. Na dann. Dann will ich aber mal vier Autos haben. Yay, pose won't come. Ähm. Don't you get any-anything better to do with unseally wheels? No. Good to us. Na dann. Bikinni. Wie ist das denn? Guck was sie genau machen. So, noch an dem Beach. Aber wir haben das ja alles schon mal gehabt, glaub ich ja. Der übrigens den höftesten Bikinis an allen, find ich. Und fast nur der von Miura. Aber er sieht, glaub ich, ihn sehr gut zu tun. Okay. I doubt check my employer agreement. And there is nothing in there about to flirten with the stuff. With queer, queer information. Well, now you know. I know lots of powers. Okay. Work and stay. Ah, look at this one. Okay. Das können wir nicht mehr. Ah, fuck. Okay. I sent you a friend who guesed at all. And all one hundred. Thirteen. Thirteen. Thirteen? To media channels. I help out with every... Every five and eight... F- Five point eight seconds. Feel free to accept the... Thirty of 15 most comments one. Great. I think it's better, of course. You're the... ...fand to check my file on my file page. Noch dann? No, da kommen wir auch nicht mal weiter. Nein, da kommen wir alle nicht weiter. Hier kommen wir weiter. Wer will, können wir nachher ein bisschen machen. Wir haben das für viel Geld. So viel Geld. So viel Geld. Na dann. Kumpf, das Werbe sehe ich. Ich finde schön, dass ich... Ich überhaupt nichts verliere. Das ist die geilste Sonnenbrille auf der Welt. Meiner Meinung nach. Die geilste Sonnenbrille ever. Ah, hier fliegt eine Fliegerung. Ah. So much romantics. It's like Billy full of loves. You make Babel feel shy. Like pretty bunny in Little Burbo. Do you feel like bunny too? Puh, Entschuldigung. Babel is happy. She want to roll in twice and other smiles. Na dann. Na dann. So, wir haben an den vorderen Zahlen immer noch nichts zu ändern. Welches ist der Krochen jetzt? Es war ein Keiner. Okay. Was noch? Zweimal. Hey, jetzt hört man. Oh, der hat auch eine Schale. Alle tragen irgendwie eine Schale in Shanghai. Also Mio und der... Nein, Mio glaub ich nicht, aber... Cool hat einen getragen. Stimmt. Cool hat einen getragen. Wow, let's go again soon. Babel has many beer hearts to give. Take extra four later. Babel is trying not to break the straggle mill... Marshmallow's bones. Mind her, you are not beer. Das ist der typischeste Kussbild ever. Und dann war bei ihr auch vorbei. Na dann. Das kriegen wir sogar noch hin. Das nicht. Das nicht. Das. Die können wir noch machen. Aber und Fumi können wir noch machen. Also. Theoretisch. Wir hätten theoretisch noch sieben... Ja, sieben Minuten lang hier rum, Alter. Gehen wir mit. Ja, ist mein Smogel. Ah, ne, wir brauchen keine Zeit. Aha. Dann können wir ja morgen... Einen... Und schon wieder. Scheiß Ding. Es nervt mich voll, dass ihr das immer dabei habt. Können wir morgen ein Reset machen? Ja. Also. Ich spot hier echt kein Schweinchen, dass ich so viel Geld hab. Und dieses... Ey, immer noch nicht, gell? Die Spot Buns oder die Movie Actor. Das ist richtig schlimm. Oh, fertig. Oh, jetzt ist das was hier. Von Nuka? Nein, vor allem vorderen haben wir noch nicht. Musst gar nicht mehr arbeiten, gell? Und bei Elf. Ah, das gibt mir mehr. Oh, das sollte reichen. So. You make me so happy. I think I'm going to cry. Happy crying is a word, but I like it. Will you never give me up? Let me down, one around, or desert me? Will you avoid making me cry, saying goodbye, telling lies and hurt me? Denn, I love you. Hier hat echt voll die großen Brüste. Jo, können wir nicht machen. Können wir nicht machen. Können wir noch warten? Können wir noch schneller? Ne. Können wir noch sechs Minuten warten? Wir haben auch nichts besseres zu tun. Oder? Ich schalte die sechs Minuten mal ein und mache jetzt hier einen kleinen Cut. Damit ihr das nicht dazugeben müsst, die ich hier sechs Minuten einfach nichts mache. Außer rumsetzen. Nichts machen. Weil, mit der Claire wollen wir nicht. Alpha brauchen wir nicht. Farmo ist richtig. Und die neue, wenn ich jetzt tief bin, ja, das sollte ich. Zwei. Was auch immer. Irgendwas. Ja, schluss, dass man es nicht mehr sortieren kann. Ja, ich glaube es. So, bei den Satz. Na, warten wir noch. Warten wir mal. Ich glaube, das hat mir noch. Warten wir schon? Ja, warten wir noch. Danach kann man sowieso nicht weiter, oder? Danach kann man sowieso nicht weiter. Weil, äh, auch wieder sowas war. Dieses Level-A. Na gut, dann machen wir noch kurz ein Reset. Ja, wird heute eine längere Folge. Wir machen jetzt ein Reset. So, genau. Warte, was? Was ist da passiert? Warte, warte, ich habe immer so ein bisschen zu fliegt. Ich habe hier so ein bisschen zu Sicht. Hey, gefällt mir nicht. Das war vorhin noch nicht so. Und dieses gibt mir alles, weil... Ja, ist jetzt wirklich notwendig, dass wir das... kaufen. Also, die kann ich gerne noch vorlesen, aber... Pff, da lässt mich. Warte. All right, irgendwann. Ach, Cassie. Wie oft haben wir Cassie von vorne lesen? Cassie muss ich mir nicht vorlesen. Cassie ist unwichtig. Unwichtig, habe ich gesagt. Du bist unwürdig. Schäme. Schäme. Okay. Ich habe hier auch geschnitten, dass ich hier rausgebekommen habe. Pardon. Bitte. Ich will mir jetzt alle Ziegenstörungen machen, dann. Oh. Mein Ding hat Verbindung hergestellt. Internet. Internet lernt mich derzeit immer noch. Ja, wer mein Don't Stopped Better guckt, der weiß, wie stark... Kack hat... Wie... Kack... Äh, wie... Wie... Wie hart kack er mein Internet ist. Ich kann auch nicht mehr sprechen. Ich will mir weiter es bei Unlocked haben. Ich will mal, was wir eigentlich fertig machen. Ich will mal, was wir eigentlich fertig machen. und dann gucken wir das jahr zu dir auf und dann alleine und dann eine lange folge ist ich hab Ferien, ich hab Zeit und ihr auch, ich weiß, dass ihr Zeit habt so, von oben angefangen und die Ohren reichen mir nicht, gell? und nicht ganz ich muss so viel Zeit haben sag mir, was dein Fehler ist, dass das hier läuft und danach geht mir weiter, komm naaa okay, mit einer klicken ich klick von mit einer Hand mit zwei Hände naaa ich hab die auch hier zusammen juhuuu 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 klick auf Nala komm schon schnell nach schnell nach meine Lady da hier in die Brom-Drauben zieh die Waffe jetzt haben wir den Teefapper auch gemacht siehst du? so einfach geht das du musst einfach schnell klicken schnell wieder wiiiien schneller geht echt nicht ich glaube es geht auch nicht schneller, weil wir hier den Chatbot also die Chatbot auch ja auch ein Chat, der wie sie gesagt resettet ist und also wenn du dich nicht wieder aufgeladen oder wie auch immer du das nenne möchtest komm herms gleich danach können wir mir mir update ziehen Ah, bis dahin. Bei mir hier klicken. Ich möchte jetzt... Ich bin jetzt so lange, bis ich den Lack erreicht habe, weil ich das durfte, wenn wir das nicht schaffen. Spielchen. Sehst du? Ich bin nicht durfte, wenn wir das nicht schaffen. Also machen wir das jetzt so lange, bis wir das schaffen. Na dann. Weil... Wollen du Rosen kaufen? Na, ich habe mir das gleich nicht dabei. Na gut, ich mache mir Joghurt weiter. Ein Donut. Und nur ein Donut. So, das habe ich doch schon wie auch immer. Bist du uns so schnell geht das hier. Ansehen. Vielleicht, egal zwei. So gleichzeitig. So. So. Ein Drink. Ach, Hill. Das war ja das Problem immer. Ich weiß es immer. Der Drink. Stimmt. Das war der Grund, warum wir immer Pause gemacht haben. Stimmt. Da war ja aber... Nudem. Guck mir den Jobs zu. Nein. Doch, wir können auch fangen. High gehen. Lauf, fangen. High gehen, wir gehen. Und Mio braucht mehr Lauf. Mio braucht Liebe. Also kriegt ihr jetzt Liebe. Schön ist, ja? Dadurch, dass wir das Hobby machen. Müsst du wohl jetzt gleich wieder einen Lauf haben, glaube ich. Theoretisch. Ähm. Ja. Ähm. Kriegen wir ja auch mehr beim Ticken. Also heißt. Wie schnell mit ihr fertig. Wie schnell dieser Winx. Bekämpft uns nicht. Ja, ich tut zur Zeit vieler viel Pokémon. Ich hab Pokémon schon mal von vorne angefangen. Ja. Es macht einfach Spaß, die Serie zu gucken. Ist das einfach so eine schöne Serie? So, was bräuchte ich denn von Computer? Ähm. 10. Oh, gut. Ist von mir. Will Lauf, Lauf. Will Lauf, Lauf. So, also könnte ich das auch. Ich meine, sie ist der Einzige, die mir keine Lauf hat. Also, muss ich das auch kriegen. Oder vorher hatte ich da Smart auf eine Tee gemacht. Wir können Smarties sein. Oder? Jo. Acht haben wir nicht. Warum mehr? Gott. Gott wird es später noch. Nein. Ich will die da lassen. Also, das ist aber eigentlich zu viel. Den brauchen wir noch für den Anfang. Weil die am Anfang sind die wichtiger. Ach komm. Halt auf den Platz. Jetzt haben wir es. Jetzt bin ich fertig. Ja, schau es. Ich bin ein bisschen besser. Das ist daran, warum ich jetzt jetzt eigentlich um euch versuche zu bespaßen. Manche sind komisch. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn sonst? ich habe ausgetappt entschuldigung passiert nicht noch mal pausen zu erzeugen künstliche ok und doch weiter ja wir haben jetzt weiter ich will jetzt noch mal das ist ja langweilig ein ring kostet 6,10 wahrscheinlich der ring ich kenne doch meine sollte ja obwohl vielleicht sind wir ja nicht hallo 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 und drückt auf nalla wir haben uns ja eigentlich wieder mit overwatchen auf die angefangen machen wir auf hause wir müssen auf die letzte paar lootboxen holen ich bin doch die ganze sammer sachen holen ich meine ist ja nicht so als könnte ich die anderenfalls alles kaufen gleich haben wir sie auch fertig gleich ist das warten vorbei geduld 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 ja ich kenne viele weihnachtslieder einige die lieben früher bei uns drauf und runter beim kitzel gab so eine cd und da waren alle lieder drauf so was die ich nehme jetzt die äh ich werde auf hier ein bisschen was wirklichen sein außer falsch ah ein Bild ok und ein Bild na dann ich bin auch nur love ich bin auch nur Liebe ich bin auch nur Liebe 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 oh jetzt weiter weg und ein Moonlight und und ich werde ich ich werde ich werde Handtrustion haben ich habe mich für was du so viele Handtrustionen brauchst meine Liebe und die ist auch fertig ich will 10 Felser du willst du zählen du willst du zählen mann hier verlaufen ach so wir haben ein level auf der frage und wir hatten nach tome cool jetzt schon dann brauchen wir für den nächsten fanden da will wir sogar hinkriegen theoretisch hier ist fertig und wir haben ja ich bin es spielt so lang dass wir das das nervt dass wir das nicht gemacht haben bisher und da braucht man keinen wir haben links zeige ich auch noch heute geht das echt schnell hey da ist hobby ok ok ich glaube ich denke auf die schalten wir kommen gar nicht weiter weil wir geld kommen weil das ist nämlich halbwegs sinnvoll und dann haben wir morgen eine menge kohle 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 ja ich kann alle diese kommen wieder aus aber dann war es das für heute glaube ich nein ne ich muss es noch mal machen weil mir kann irgendjemand der irgendwas will aber das ist okay aber er macht kein money wir hätten wir keine money probleme mehr das ist ja perfekt das ist Sport und Hunting und der Rest der Subbillow den kann mir einfach nebenbei laufen lassen und hallo und dies hat dem halt der meiste Mann und bei allem ist der scheiß Sports braucht immer so ewig ich will den jetzt endlich mal schaffen komplett ich meine wir lassen das drei Tage lang durch eideln und dann ja Sports ist immer noch nicht fertig ja aber dann war es das für heute heute gibt es eine Überlängen-Folge es tut mir ein bisschen leid eigentlich nicht aber ein bisschen schon und ja dann würde ich sagen genießt das Wetter wir sehen uns morgen und bye eure Zerosia bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.